Das möchte ich mit Schatten machen und die Leute dann die Prostung haben wollen. 105 ist ne Geldmaschine. Ja. Ach übrigens, ich hab leider immer, ich bin immer noch auf, bis Level 115 kann man hier nur rein, ne? Ja. Mir fehlen noch 59 Prozent, dann hab ich's auch endlich geschafft. Wie machst du eigentlich fest? Ich hab letztens geguckt, du machst irgendwelches Sinn. Ja, ich hab, ich, ja, also sehr, sehr schlecht. Also nicht richtig effektiv, ne? Ja, man, wenn man welche einzelnen Quests ewig dauert, dann kann man kaum EP geben. So 100 Drops, ein Prozent oder 0,5 Prozent. Ja. Ne, da muss ich nochmal gucken, was so die besten Quests wären. Das Problem ist, ich kenn deine Questliste, ja, ne? Ja, stimmt. Boah, dieser Kack ist dann. Jetzt auch noch vier. Ja, der ist, der ist, oh Gott. So. Kann ich, darf ich mal hier jetzt halt. Oh, wie das ist, boh. Warte mal, bei eure Geld wär das doch so, ähm, Bei jedem Raid, den du mitmachst, da kriegst du Punkte für, ne? Ne, nicht bei Helga C, da gibt's keinen Punkt. Achso. Bei welchen, achso, okay. Bei anderen Raids. Ah. So, bei, ähm, bei Kasul zum Beispiel. Bei, ähm, als, wie heißt denn der Scheiß, bei Albi? Mhm. Hat er jetzt eingetetet, weil der Typ noch da war. Äh, bei Kasul, bei Albi? Sonst. Bei Helga, ja. Aber dann nicht von der Geld aus, sondern von der Gruppe. Ja. Okay. Weil ich nehmlich nicht mehr bei Helga war. Ah. Also, du könntest sagen, du könntest, würdest jetzt an Helga, Dings kommen. Was? Na, von der, also jetzt, du könntest sagen, ich hab jetzt so und so viele Punkte und sagst, ich möchte gerne Helga Axt haben. Ja. Das, das ist voll geil. Ich hab letztens erst dahinter verkauft. Och, Mensch. Sagt, kommst du an der ungeabten Helga Axt dran? Ja. Willst du mir die verkaufen? Warum? Wie bitte? Warum? Darum. Warum? Für den Schwenk. Guck, der hat auch ne andere Farbe, der Busch. Stimmt, der andere war grün, ne? Ja. Der ist blau. Hilfe, Hilfe, halt die Fresse. Hilf dir doch schon. So, mal gucken. Ja, jetzt ist krass, wie schnell man hier durch ist. Versucht, die Malagro zu holen. Mit Olipped drauf zu gehen, danke. Keine Aues mehr. Ja, okay, okay. Ich bin mal gespannt, was er droppt. Oh. Muss ein Bot nehmen. Rächtige Hose, Laborgepäde. Schlüssel hier. So, Kiste. Wow. Ein Greenover-Teil und Müll. Also der, die Runde war schlechter. Die Runde war wirklich schlechter als die andere. Zeig mal. Da. Dieser Screech heißt ganz... Wir haben nur getroppt die Weckliste. Das da. Ich kriege ne E-Mail von Amazon. Das da und eben der Bogenbild. Die zwei Sachen. Wow. Die Runde eben war besser. Ja, warte. Komm her. Eben haben wir ne Armbust getroppt, jetzt haben wir den Bogen gedrückt. Cool, dankeschön. Was ich damit soll, kannst du vielleicht bei 5 Gold verkaufen. Hm. Mal gucken. Ja, Chimera, die wurde ja bestimmt gelegt, ne? Keine Ahnung. Willst du gucken gehen, oder? Ja, weiß nicht. Ich bräuchte halt für die Quests und würde die auch mal gerne mal live sehen wollen. Geh mal so an die Runde. Ja, Chimera wird eigentlich immer direkt gelegt, wenn's schon will. Okay. Mal gucken. Delia. Was steht denn hier? Jay Thieler. Niemand drin. Ja, ich möchte mal von der Delia betreten. Delia lädt bei mir immer am längsten. Achso, okay. Wir haben die am längsten lädt. So, warte mal jetzt, wo sie gucken. Ich hab nämlich ein paar neue Titel. Spion der Dunkelheit. Mhm. Ich hab irgendwann mal den Titel Witzunter Monster erhalten. Ja. Ich glaub, das kriegt man für 5 Mal sterben, oder so. Achso, okay. Ach, eine A-Karte noch. Dann hab ich die auch fertig. Mensch, cool. So, warte mal. Spiel mir jetzt AP. Adelio. Thomas. Adelia. Wo lauf ich hin? Ich bin gerade Richtung Karin gelaufen. Ach, Karin würde ich auch mal gerne machen, aber ach, das ist ja auch wieder alles zu übertrieben da. Ja, Karin geht bis 120. Hast du noch Zeit? Ja, klar. Aber hast du gesagt, hier, ähm, Ab Level 116 geht das ja Ruggi zu, ne? Ja, ich muss mal zusehen, dass ich das auch schaff, irgendwann. Mal ran hier. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Achso. Ach, stimmt, ja. Da war ja was. Da war ja was. Ja. So. Cycansgarten. Weiß nicht, ob man hier drin rufen kann. Aber Cycansgarten brauche ich auch noch. Weiß nicht, ob man hier drin rufen kann. Deswegen habe ich das mal draußen gemacht. Ja, alles gut. Hier, Horn eines Mannen in Purges oder so brauche ich auch noch. 90 Stück. 12 Dequests ätzend. Die sind richtig behindert. Ja. So, ähm, Chimira. Oh, das ist zurückgerätzt. Ja, ich auch gerade. Oh, die Inkubusel muss ich auch noch mal machen. Dafür sind die One-Times wieder weg. Seit dem letzten Patch. Achso, okay, geil. Also rechts ist Cycans, links ist Chimera. Bei der Ablegung. Ich gehe mal zur Cycansgarten gucken. Okay, ich gehe zur Chimera. Das ist ja auch ein Boss, der ab 24 Stunden nach 24 Stunden... Ja, die Chimera ist auch. Ja. Alles aber ein Boss. Und Cycansgarten alle, jede Stunde. Hm, okay. Gucken, ob Cycans überhaupt da ist. Ist nämlich oft tot. Ne, Cycans ist sogar da. Also könnten wir machen. Warte, warte, kurz. Warte, warte. Ich gucke mal schnell links. Ich gucke sogar Cycanshunde. Oh. Normalerweise sind die gar nicht da. Oh, warte kurz. Da hat irgendwer Cycans gehauen und ist dran gestorben. Ja. Deswegen sind die Hunde da. Kannst du mich teleportieren zu dir? Ne, ne? Erstens cooldown, zweitens weiß ich nicht. Okay. Und Chimera spawnt bestimmt in der Mitte von den Kristallen, ne? Ja. Okay, okay, okay. Und die Joy-Lektum ist offen. Oh, warum... Zorn des... ähm, der Stein-Kaiser ist ja krass. Voll, schnell, voll. Ja. Joy-Lektum ist auch gleich voll. 13 Leute, 14 Leute. Ja, ne, ach, hab ich jetzt keine Lust. Aber es wäre auch effektiv, das weiterhin zu machen, ne? Na, ich kann hier dich nicht rufen. Und das Nutzen von Fähigkeiten ist dir nicht erlaubt. Ja, B2-Heilektum solltest du oft machen, ne? Hm. Ja, mach ich, äh, dann dennächst. Ich werd vom Cycans gehauen und ich erst mal meine Brezel. Okay. So, du, 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 du. Gut. Guten Tag. Warte mal, heis. Guten Tag, hallo. Warte mal. Oh, ah, ich bin... Nee, doch, doch, doch. Ähm, von den Hunden braucht man keine Drops oder so, ne? Nein, nur von Zeigen selber. Okay, alles klar. Zeigen nicht angeh, zitt. Komm her. Na, fuck, jetzt machst du nur noch du Damage, weil sie ein Schild drin hat. Ach so. Thun gegen physischen Schaden, du musst Damage machen. Halt an, guck. Das geht nach euch 20 Sekunden wieder weg. Das hatte ich... Das ist ja krass. Jetzt ist sie wieder weg. Okay. Nein, sie ist wieder drin und sie hat sich geheilt. Ich hol mal die Hunde weg, sonst töten die dich noch. Ach, alles easy. Nein, die sind schon. So. Wie sieht's bei ihr aus, also mit den Heilpunkten? Ich weiß nur an. Jetzt kannst du... Obwohl man nur einen braucht. Das ist immer so. Jetzt brauche ich noch zwei magische Felsen. Oh, ist das nervig. Musst du noch warten. Musst du noch in einer Stunde um 19.02 ist Bounty. Lass mal B2 Hellig Tum B registrieren. Alles klar. So. Und jetzt? Dann redet ihr effektiv wieder mit dir hier. Und jetzt? Und jetzt? Hätte ich hier noch, äh, ja, Chimera, wie gesagt. Oh, zwei Quests dafür, Mann, ist das unfair, ey. Ähm, ja, grauer Inkubus brauche ich noch 100, oh, 58 und... Und Inkubus geht schnell. Ja, aber hier, lebende Wachstatt, brauche ich 33 Stück nur noch. Hol die gerade. Wollen wir die schnell machen? Hol die gerade, folg mir. Boah, geht es gut. Ich hab'n Trank gesehen, wo ist der hin? Nein, nur... Herr Palus. Ich hab'n Tränke, die gar nicht existieren. Ich glaub', du solltest an der Pause einlegen mit Fiesta. Ich hab' doch ne Fiesta-Pause. Ja? Ich bin auf der Zeit gar nicht so aktiv. Ach so. Dieses bekomm ich gar nicht mit. Ich bin übrigens in Afghanistan. Ach so. Deswegen hab' ich dich in letzter Zeit kaum angeschrieben, weil ich auch, ähm, wenn's so vor dem Feedback, das macht keinen Schaden. Fertig? Was, was? Ne, ne, äh, zehn Stück noch. Zehn Stück noch. Ein Pool. Oder meinst du den Mana-Trank? Den meinst du nicht, ne? Soll ich den mit Mana-Tranken? Ne, kann ja sein. So, ähm, drei Stück noch. Drei Stück noch. Gucken, was die Anmeldung sagt. Vier Leute. So, einmal hier links. Links in den Raum rein. Das sind die meisten Linken. Okay, aber das mach' ich ein anderes Mal. Hier sind nur gerade viele. Ich will die jetzt flucken. Okay. Könnte man sogar pullen, obwohl sie Fernkämpfer sind. Aha. Okay. Geht bei den wenigsten Fernkämpfern. Ach so, wie's? Adelia. Voll. Bleib mal hier hinten in den Raum. Boah, zehn Prozent erst. Ach, der geht noch weiter? Ja, nur ein Raum. So eine Abstellkammer. Oh. Warte, nicht hinten, nicht hinten, nicht hinten. Jetzt, jetzt ist sie schön gebullt. Schön, vier Prozent noch dazu gemacht. Sehr schön. Hier ist einfach immer diese zwei. Was soll eigentlich? Schaden machen sie nicht. Und pullen kann man sie ja auch. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber sollst du keine Beweinung, wenn du 116 WDH machst, lass dich bloß nicht von den Mox hinten. Katsch nicht weg. Ja, 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 hab ich schon mal so gesehen. Machen extrem einen Schaden. Ist das gewollt? Ja, ne? Ja, ist es. Adelia, sehr gut. Ich weiß nicht, ob man hier rausgeportet wird für K2. Ne, ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Noch nie ausprobiert. Wollen wir es ausprobieren? Ne, ne? Ne. Das wäre sonst zu schade. Guck, du lass mal raus. Die KQ läuft weg, die Inkubusse nicht. Ja, stimmt. So, schnell raus. Also, dass man aus Psycon-Anwesen nicht raus teleportiert, das weiß ich, aber Psycons Garten weiß ich nicht. Das ist das, was ich meinte. Mhm, okay. Weil aus Anwesen kann man sich nicht